So, einen witterschönen guten Tag, meine Lieben, auch willkommen zu meinem neuen Vlog. Und ja, ich bin wieder bei Lars. Es ist seit gestern um Nassdorf, sind 22 Uhr. Und ja, wir haben hier Überraschung im Haus, sondern wir haben Katzen hier im Haus. Und wir haben einen neuen Kanal, heißt der Katzen, wir haben den fünften Kanal. Und ja, ein Au-Pair ist da und der Vera und Vera. Und morgen hat er einen Geburtstag und wir gehen vielleicht in Tropical Island, wo man Miletswetter, wo vorher mein Kübel Miletswetter mit Family fährt. Und da war Tropical, ich glaube, eine YouTuber, die war auch schon mal in Tropical Island. Aber da haben sie richtig neu gemacht, ich glaube, in draußen, mit Schwudel oder keine Ahnung. Und ja, wir haben zwei Katzen im Haus. Und ja, wir haben zwei Katzenklo im Badzimmer. Und da werde ich euch mal kurz zeigen. Und ja, ich gehe mal jetzt raus. So, zeig ich euch erstmal. So, wir haben hier einmal der Katze. Ich filme gar nicht. Und das sind wir zu Pauli. Ja, wir haben hier Katzenfutter. Und irgendwie, ja, wir haben einmal hier Katzenfutter. Ja, wir haben hier zwei Katzenklo und Katzentoilette. Und hier ist immer die Butter. Und ja, hier die Katzentoilette, wie immer das heißt. Und zwar, heute scheint ja die Sonne, aber es ist heute bewirkt heute. Aber, guck mal, der Mondmarkt ist wieder da und sein Abbach. Und, ähm, ähm, äh, heute ist Montag. Und, ähm, ja, und, äh, ja, heute scheint es gut zu tun. Und es ist so gut bewirkt heute. Aber ja, so, jetzt geht es wieder rein. Jetzt ist 13 Uhr. Und dann gehe ich gleich. Und da ist die Pauli. Hallo, Pauli. Und die Tamina ist unten. Wir haben zwei Katzenfutter. Pauli und Tamina. Und, äh, die war schmiert gerade. So. Oh mein Gott. Wir haben Katzenfutter. Wir haben Katzenfutter im Haus. Ja, wir haben hier Katzenfutter. Und zwar, ich habe gestern einen neuen Kanal entschieden. Und zwar unser fünfter Kanal. Heißt ja Katzebett. Und einmal der Pauli und Tamina, die Katze. Und dann einmal der Pauli, die ist ja dunkel. Also der schwarze. Und, ähm, der Tamina ist ja hell. Also, ich dachte, das ist ein Nahtband, das ist eine Katze. Oh Gott. Also, ähm, ja, wir gehen gleich weg. Also, wir gehen einkaufen und gehen zu meinen Papas Freunden. Also, ja, vielleicht helfen wir meinen Papas Freunden. Und, ähm, ja. So, also das war's. Dann mit der Schee. Ich hoffe, dass das Video gefallen hat. Gib's Daumen nach oben. Wenn euch jetzt dieses Video nicht gefallen hat, dann macht Daumen nach unten. Und abonniere meinen Kanal. Es ist immer kostenlos. Und, ähm, ja. Dazu war's erst. Bis zum nächsten Mal. Also, das war's. Tschö, Sülieben. Tschö, Sülieben. Vielen Dank.